Hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 5 The Royal. Wir sind in Kaitul unterwegs, haben 6 von 20 Stempeln gefunden und ja, wir gehen erstmal tiefer runter, gehen erstmal bis zum Ende. Und dann werden wir uns ganz gezielt auf die Suche nach den Stempeln machen. Ich habe auch vielen in Shadow gespottet. Wir versuchen natürlich auch noch genug XP zu kriegen für diverse Personas, dass wir die fusionieren können, dass wir ein bisschen mehr Compendium holen. Eine Persona kann ich mitnehmen, also so. Okay, also keiner, der sich jetzt hier gerade anschließen wollte. Einen Platz haben wir frei. Okay. Oh, verdammt. Ich glaube, ein anderes hatte ich schon. Ich habe einen Punkt. Ich sollte mal nachgucken, ob ich wirklich einen Ort gespottet habe. Jupp, ich habe einen Ort drüßt. Alles okay. Ich habe hier nichts verloren. Ich habe hier nichts verloren. Nein. Ich habe hier eine Erfahrung. Man kann ich roughh Milky, wenn ich mich auch für diesesateralf Normale habe. Ich habe hier das concentration ab. Oh. Das ist mir Gesundheit. Das ist mir Nein. Ich kann hier einen Fall verfehlen. Ja. Ihr seid ... Nehmen wir mal noch ein paar Level mit, das kann uns ja für den nächsten Dungeon nur hilfreich sein. Das müssen wir jetzt schon mitnehmen, was wir mitnehmen können. Ich glaube, der war vom Level höher, deswegen hat er nicht gebattelt. Sobald sie battlen, bist du halt auf einem Level, das höher ist als ihres. Dann wollen sie dich verschont, also wollen sie verschont werden. Dann wollen sie verschont werden. Gegenstand zu sehen. Ich habe schon gut Items gefarmt. Zumindest auch welche, die meine SP gut heilen können. Okay. Well done. So, 28. Können wir sein, dass wir jetzt am Ende ankommen? Nee, Gebiet 9. Vielleicht gibt es wirklich 10 Gebiete. Was ist das? Irgendwie fühlt sich der nächste Bereich anders an als der vorherige. Vielleicht heißt das, dass wir kurz vorm Ziel sind. Maybe. Vielleicht finden wir jetzt auch Rosé und können schon mal ein bisschen was erhöhen. Mhm, mhm. Wir können uns noch ein bisschen was von seinen Plümmchen kaufen. Exorzismuswasser, okay. Wofür hat sich jetzt eigentlich der Dietrich nicht wirklich gelohnt? Wofür hat sich jetzt auch ein bisschen was von seinen Plümmchen kaufen. Reden. Gib mir deine Kraft. Heiß. Ich werde gebraten wie ein Steak, aber gegrillt schmecke ich nicht. Mit Mut halte ich es aus. Hey Mensch, beeil dich und rede, wenn du etwas willst. Dann lass uns reden. Wenn ich dich verstehe, leichte ich dir meine Kraft. Ich erkenne deine wahre Absichten wegen deiner Maske nicht. Was denkst du jetzt? Wie kann ich beliebt werden? Ich bin beleidigt, dass du bei unserem Kampf an Frauen denkst. Was für eine Frechheit. Du bist gekommen, weil es dir befohlen wurde, oder? Menschen müssen immer Befehle folgen. Ich verfluche dich nicht, aber dein Befehlshaber, die Person, die es dir befohlen hat. Das war meine Entscheidung. Hey, das gefällt mir, dass du dich anderen nicht unterordnest. Ich weiß, ich habe schon mal mit dir geredet. Weiß ich es wieder. Ich habe nur einen gebraucht und schon? Okay. Platz gefüllt, würde ich sagen. Your power is incredible, Joker. Okay. Now's our team! Wenn du sagst, die Queen ist jetzt der Bessere, dann nehme ich doch Queen. Oh, die MCD hat jetzt 22. Heißt das jetzt auf die Letzte? Nee, es ist noch einer. Ein Level. They were nothing. Oh, Mister! Doing good? Jetzt kriegen wir mehr XP. Wir haben einen Ausdauer-Kit. Wir haben einen Ausdauer-Kit. So, jetzt lohnt es jetzt mal wieder ein bisschen hier rein, weil mehr XP. XP ist immer gut. Das war die Kung-Full-Bass. Okay, das ist einfach nicht so. Da war ich sehr viel. Wir kommen mit der Zeit. So, neun. Tiefer. Ist das nicht. Und wieder diese Wand. Mal gucken, ob sie aufgeht. Gehen nur noch zehn. More to go. Scheint sich nicht öffnen zu lassen. Lässt sich nicht öffnen? Dann werden wir von der Öffentlichkeit noch nicht ausreichend akzeptiert. So war es vorher doch auch immer. Eine Wand, die sich erst öffnet, wenn wir akzeptiert werden. Erinnert an die Unterhaltungsbranche. So betrachtet ist das alles ein bisschen deprimierend. Oh, so läuft das also die ganze Zeit ab? So, und wir gehen jetzt zurück. Und werden die restlichen Stempel suchen. Die Stempel sind in der Schmutzung. Now's our chance, Persona. Go, eat this. Die Stempel sind in der Schmutzung. All used by Persona. Charge, Johanna. That one, that was amazing. Two enemies defeated. I don't think you have any skill. Persona, out of our way. One enemy remaining. The last one. Now, let's continue. Nice work, Team. Okay. A complete victory. Now let's keep going. So, dann suchen wir doch mal, ob wir die anderen Stempel nicht auch machen. Maniana XP im vierstelligen Bereich gekriegt. Das ist gut. Mal gerne die ganze Zeit so machen. Da ist ein Stempel. Da fehlen nur noch neun. Das ist ein Stempel. Das ist doch eine Stempel, die in der Schmutzung. Das ist! Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Das ist noch nicht vorbei. Geh, Mann! Wir sind fertig. Wir gehen! Eine Sprechung! Okay. Ich hoffe nicht, dass uns unterwegs der Tod begegnet. Mit dem kann man zwar schön grinden, aber er ist doch lästig. Die wahren Schätze sind die Blumen. So, dann gehen wir mal in die nächste Etage und holen uns das Blümchen. In irgendeiner müssten Dreie sein. In zwei müssten vielleicht sogar Dreie sein. Es könnten sein, dass es die Etagen von ganz am Anfang sind. Müssen wir mal gucken. Das war's. Windbruch, Windbruch. Ja, was ist immer denn da? Ja. Ja. So, da ist der nächste Stempel. Windbruch. 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 Mich würde jetzt eher noch Ryuchis und Yuskis interessieren. Dann mal auf zur nächsten Persona. Drei Fragezeichen. Wir nehmen einen mit. Katze hältst du im Regen weiter. Das ist ein guter. Kertuna! Be careful! Take this! Möbel! 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 Ja! Möbel! Möbel! Ich weiß nicht, dass es ein Shadow ist. So, aber ich könnte jetzt mindestens eine Doppel für sie schaffen. Ich komme auf zur nächsten Etage. Ein Rosé. Und dann nochmal ein paar Stempeln. Ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich glaube wir werden es doch nicht schaffen, alle Stempel zu kriegen, aber... Das ist zu einfach. Dann stehen wir mal vor einem richtigen Brocken und ihr sagt am Ende auch wieder, das war zu einfach. So. Dann dürfte der Doppel kommen. So. 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 geworden. Hier kann ich doch. Hier kann ich doch mal kurz hier lang fahren. Wackersee. Hier muss noch irgendwo ein Ständer sein. Ich hoffe, es lohnt sich diesmal. Hm, Homunculus, okay, gut, ja, das ist, äh, das ist Wurkwine. Jo. Hier gibt's echt noch mehr anderes. Okay, Etage abgegrast. Das ist das Gebiet zum Ausruhen. Jo, dann suchen wir beim nächsten Mal noch die restlichen Stempel, weil ich weiß, wir werden das jetzt nicht schaffen, hier in diesen, in diesen Wurk. Ähm, deswegen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns um die Stempel noch kümmern und die letzten... Acht? Die letzten acht, glaube ich, noch holen. Und, ja, bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.